servus ich begrüße euch zurück das ist das chapter 12 das ist das video 75 und dieses und das kommende video das sind schwester videos die in ihrer diskussion eigentlich zusammengehören ich grüße euch es wird um die das management von heap speicher gehen also etwas was wirklich zentral war bei unserer programmierung in c0 und es wird genauso zentral sein das haben wir schon gemerkt in den letzten beispielen in unserer programmierung von c programmen ok das management von heaps speicher ist in c etwas diffiziler als in c0 war weil uns in c0 im hintergrund die hälfte des jobs eigentlich abgenommen wurde nämlich die deallokation das wieder freigeben von speicher den wir in unserem programm nicht mehr benutzt haben ok erinnert euch in unsere diskussion von garbage collection einem hintergrund ablaufenden prozess der einen blick dafür hatte welche speicher segmente welche speicher fragmente auf dem hieb für unser programm unerreichbar geworden sind weil es einfach keinen pointer mehr gab die auf die entsprechenden bereiche gezeigt haben garbage collection erkannte solche fragmente und hat diese fragmente automatisch wieder dealloziert und als ressource als freie ressource wieder zurück ans betriebsding geben nicht so in der programmierung in c in der programmierung in c sind wir wie in c0 für die allokation des speichers zuständig wir sind gleichzeitig aber für die deallokation für das freigeben des speichers zuständig es gibt keine garbage collection in einem c programm ok wir selber haben darauf zu achten wann bestimmter heaps speicher den wir vorher reduziert haben nicht mehr von uns für von belang ist eine freie ressource darstellt und damit zurückgegeben kann werden kann an das betriebssystem dafür gibt es in der c library einen extra function call den schwester function call zu malloc sozusagen dieser function call nennt sich free free bekommt als argument ein pointer ein pointer auf den speicherbereich der tatsächlich als frei gekennzeichnet wird und damit als freier speicher wieder zurück in die verwaltung des betriebsdemen geht das betriebsdemen führt selber buch darüber wie groß denn der entsprechende bereich war der sich hier hinter diesem pointer p verbirgt also brauchen wir keine größeninformationen übergeben aber wir müssen die lokationsinformationen hier in form dieses point dass p übergeben um tatsächlich den speicher wieder auf dem hieb freizugeben ihr seht dass wir hier einen void pointer p übergeben ok der void pointer zeigt an dass diese free funktion tatsächlich die fähigkeit hat beliebigen speicher ob sich dahinter jetzt irgendwelche integers character strings oder was ich alloziert auf dem oder structs vielleicht auf dem hieb alloziert verbergen ist völlig egal free kann speicher all dieser arten für uns freigeben ok natürlich muss vorher sichergestellt sein dass wir zuvor diesen speicher auch tatsächlich mit malloc wie alloziert haben ok keine free aufrufe für speicher den wir nicht tatsächlich selber alloziert haben ok das ist eine entsprechende entsprechende vorsicht die wir halten lassen müssen was wir zum beispiel nicht tun dürfen ist einen double free ausführen einmal an einer bestimmten speicheradresse p speicher anfordern mit malloc dann mit free p diesen entsprechende freie speicher freigeben und ihn dann ein zweites mal versuchen wieder freizugeben das wäre ein sogenannter double free führt zu entsprechenden problemen mit dem speicher subsystem sollte man an der stelle vermeiden wir müssen unser programm irgendwie darüber protokoll führen oder den kontrollfluss unseres programms so einstellen dass tatsächlich dinge zum richtigen zeigpunkt genau einmal freigegeben werden ok sobald wir den speicher der sich hinter dem pointer p verbirgt tatsächlich mit free p freigegeben haben ist eine differenzierung dieses point dass später eine illegale operation die tatsächlich undefiniertes beliebiges verhalten in unserem programm wie zeigen darf ok sobald wir den speicher hinter dem pointer p zurück ans betriebssystem gegeben haben mit free p ist er nicht mehr unter unserer kontrolle das system hat die freiheit diesen speicher vielleicht in der nächsten millisekunde für andere malloc calls zu verwenden und dort andere objekte auf dem hieb zu allozieren nach einem free p eine dereferenzierung durchzuführen oder sich darauf zu verlassen aber wahrscheinlich ist auf dem hieb an der stelle p noch das objekt gespeichert führt zu undefiniertem verhalten ok es gibt so eine goldene regel des memory managements die eigentlich sehr sehr einleuchten sollte und sehr sehr einfach ist ja wer wer bezahlt der der entsprechende begleicht auch die rechnung in anführungszeichen ja wer mit malloc speicher anfordert hat sich auch darum zu kümmern diesen speicher entsprechend wieder an als ressource an das betriebssystem zurückzugeben wer malloc ausführt muss auch die entsprechenden frees ausführen ok das ist vor allem dann eine ein punkt von relevanz wenn sich die logik unseres programms irgendwie auf einen client und auf eine library implementation zum beispiel bezieht teil der allokationen werden wahrscheinlich im client stattfinden ok der client hat genau für diesen alloziierten speicher die aufgabe und die pflicht sich mit free um dessen freigabe zu kümmern intern wird eine library vielleicht ihre internen datenstrukturen mit hilfe von malloc anlegen es ist die pflicht der library sich darum zu kümmern diesen alloziierten speicher auch tatsächlich wieder frei zu geben wenn du es alloziers ist es deine aufgabe auch tatsächlich diesen speicher wieder frei zu geben ok wie sieht es denn bisher aus in den programmen die wir hier in den letzten paar videos und wie gebaut haben vor allem mit unseren beispielen zur verwaltung von stacks in diesem fall waren es dann polymorphous stacks also das war unser stack playground unsere applikation die wir auf der basis unserer mini stack library implementiert hatten wenn wir da in den quelltext schauen ich kann nochmal rüber schalten hier das ist unser stack playground wenn wir da eine quelltext schauen dann sehen wir hier in der 0 to 10 funktion zum beispiel das anlegen eines neuen stacks ok oder hier das anlegen mit malloc von elementen die wir gleich auf diesem stack platzieren werden ok ja so sie so geht dann das programm aber auch zu ende und hier ist schon das entsprechende ende der 0 to 10 funktion erreicht nicht anders sieht in der a to z funktion aus wir allozieren einen neuen stack wir allozieren elemente pointe auf characters die wir diese auf diesem entsprechenden stack hinterlassen werden ja dann wird die funktion hier einen job beenden und von deallokation ist an keiner stelle irgendwie etwas zu sehen ok deallokation von den strukturen des stack s zum beispiel die wir mit stack new angefordert haben fehlanzeige ok das bedeutet unser stack playground unsere applikation aber auch die stack library im hintergrund ja die häufen so langsam alloziierten hiebspeicher an obwohl der zu zu bestimmten zeitpunkten später in unserem programm überhaupt gar nicht mehr nötig sein würde ok nachdem die funktion 0 to 10 ihre arbeit beendet hat ist der entsprechende stack nicht mehr von belangen und könnte freigegeben werden gibt keinen entsprechenden aufruf keine entsprechende logik in unserem stack playground und auch nicht in der stack library selber um diese unbenutzten strukturen wieder aufzuräumen das heißt wir werden wahrscheinlich alloziieren und dann in den nächsten aufruf von a to z weiter alloziieren und im weiteren ablauf unseres programms prozesses immer weiter heap alloziieren aber wir werden ihnen niemals wieder freigeben die kurzlaufenden programme die wir im rahmen dieses semesters geschrieben haben auch unser stack playground hier in unserem beispiel für diese programme bilder stellt das kein wirklich großes problem da kurzlaufende prozesse die allokation die anzahl der bytes die größte der hieb objekte die wir tatsächlich auf dem hieb anlegen ist minimal das führt kein speicher subsystem an seine grenzen anders sieht es natürlich aus bei langen laufenden prozessen ja also nicht unsere programme die hier vielleicht im sekundenbruchteilen ablaufen sondern wirklich lang laufende prozesse bei denen wir uns darauf verlassen dass sie eigentlich stunden tage wochen vielleicht monatelang ununterbrochen laufen dabei natürlich hiebspeicher alloziieren müssen okay in diesen in diesem programm können wir uns nicht darauf verlassen dass das speicher subsystem wie schon genug platz haben wird diese speicher diese programme werden hiebspeicher alloziieren und wenn sie ihn nicht freigeben und aber auch nicht mehr benutzen ein sogenanntes memory league oder memory league erzeugen also ein kleines leck aus dem der speicher rauszutropfen steigt aus unserer maschine der verfügbare speicher wird immer weniger wie wir ballern unseren hieb mit dann irgendwann unbenutzten hieb objekten voll irgendwann wird diese limitierte ressource erschöpft sein und wir werden ein problem beim nächsten malloc aufruf bekommen der uns dann vielleicht einen null pointer meldet weil einfach kein weiterer platz aufgrund von memory league auf unserem hieb zur verfügung steht okay also so lange laufende prozesse von denen ich rede sind natürlich so typische server prozesse wie zum beispiel mail oder web server von denen wir erwarten dass sie im hintergrund wochen oder monatelang laufen und dabei ihren job zuverlässig tun und sich offensichtlich darum kümmern müssen einmal alloziierten speicher der sich als unbenutzt erwiesen hat auch tatsächlich wieder korrekt freizugeben shells laufen tagelang ich logge mich ein in einer bestimmten terminals in diesen shells die laufen tagelang für mich ich logge mich nicht aus solche shells müssen sauber mit nicht benutzten hieb objekten umgehen nicht anders sieht es bei datenbanksystemen oder vielleicht sogar bei betriebssystemen aus das sind alles server prozesse system prozesse von denen wir erwarten dass sie wahrscheinlich eine ganze menge an hiebspeicher für in betrieb benutzen aber dennoch wochen monate vielleicht sogar bei betriebssystemen jahrelang laufen und es ist offensichtlich dass ich diese systeme darüber gedanken machen müssen einmal alloziierten aber nicht mehr benutzten speicher als freie ressource wieder zurückzugeben wir müssen aber gar nicht so hoch greifen oder hier in die richtung von irgendwelchen server prozessen oder sowas langlaufenden prozessen greifen selbst unser kleiner stack playground dot c die mini applikation die kurz laufende applikation die wir implementiert haben wie wir eben gerade eben schon befürchtet haben selbst die zeigt schon memory leakage wenn auch im beschränkten maße im geringen maße und es gibt werkzeuge da draußen die uns erlauben tatsächlich diese memory leakage die alloziierten hieb objekte die vielleicht zum ende unseres programms immer noch alloziiert sind und niemals freigegeben wurden und damit irgendwie als ressource dem system entfernt entwendet wurden unnötigerweise es gibt tools die uns anzeigen wie viele bytes und in wie vielen hieb objekten denn tatsächlich wir uns auf dem hieb gütlich getan haben und diese ressource nicht zurückgegeben haben okay es gibt da draußen tools wie well grind oder wie wir es jetzt gleich benutzen werden hier in den nächsten paar minuten von unserem c compiler klängen wie hin schon öfter erwähnt habe gibt es ein bestimmtes modul das wir aktivieren können im laufzeit system von klängen das nennt sich der sogenannte league sanitizer okay league memory leakage also ein modul das uns unser programm während des ablaufs beobachten wird und uns ein report ausgeben wird hey du hast hier hieb objekte alloziiert hast du niemals freigegeben so viele bytes so viele objekte hast du an der stelle als ressource dem system entwendet okay ja dann lasst uns das doch mal machen lasst uns mal rüber hier in stack playground gehen alles klar und gleich mal diesen league sanitizer anwerfen für unser programm und die dreckige wahrheit über unser stack playground anzeigen zu lassen ihr seht hier in der main funktion habe ich die zweite funktion die beiden schwester funktionen 0 to 10 und 80 sie haben jeweils einen stack alloziiert dort elemente platziert und die dann wieder runter genommen um sie auf dem terminal anzuzeigen um euch die memory leakage in stack playground dort c zu zeigen brauche ich nur eine von den beiden funktionen also habe ich hier die 0 to 10 funktion an der stelle mal aktiviert und a to z habe ich deaktiviert alles klar ansonsten ist mein ganz programm gleich geblieben viel allokation keinerlei deallokation alles klar jetzt kompilieren wir die geschichte noch mal neu hier mit cc stack playground da ist es nicht vergessen hier in die kommandozeile doch mein stack c library modul wie mit aufzunehmen alles klar und auch den league sanitizer von klang von meinem c compiler wie zu aktivieren das geht mit dem extra schalter den setze ich mal hier vorne hin alles klar sanitize gleich liegt ok bitte instrumentiere mein programm so dass es buch darüber führt ob es tatsächlich memory leakage gibt in meinem ausgeführten programmen alles klar dann kombinieren wir das ganze mal es müsste eigentlich ja das ist ein ganz normales executable ganz normales programm file dass wir an der stelle erhalten dass wir jetzt ausführen können und das machen wir jetzt auch gleich mal und für uns stack playground aus und ich befürchte dass uns der league sanitizer ein report geben wird der der uns anzeigt ja da gibt es tatsächlich ein problem alles klar ja das ist eine ausgabe die von dem league sanitizer erzeugt wurde und die sieht ganz schön die sieht ganz schön böse aus tatsächlich detected memory leaks tatsächlich haben wir anscheinend irgendwo unterwegs speicher liegen lassen und verloren hier wird sogar direkt aufgeschlüsselt wie viele bytes jeweils verloren wurden ich habe darüber gleich noch eine grafische aufstellung ich weiß dass der kontrast hier schlecht lesbar ist die ganzen details die in die interessieren uns an der stelle auch gar nicht lasst uns mal hier auf diese letzte summary zeile gucken in der league sanitizer sagt mensch selbst dieses kurzlaufende stack playground programm hat 252 bytes an heaps speicher alloziert niemals freigegeben die sind damit für das system verloren gegangen dazu hast du 24 objekte alloziert in 24 objekten haben wir 252 bytes an speicher verschwendet und dem system nicht wieder zurückgegeben ok lass uns mal kurz schauen wo diese zahl 252 herkommt die lässt sich nämlich ziemlich genau nachverfolgen ich habe hier mal auf der folgenden folie auf der folgenden auf der folge auf der folie 20 die allokation in unserer funktion 0 to 10 hier versucht mal so ein bisschen grafisch irgendwie aufzuzeigen ok ja was uns da tatsächlich passiert ist in 0 total ist dass wir erstmal einen stack angelegt haben mit es ist equals to stack new und ja um ein stack anzulegen bedeutet es hier tatsächlich ein struct stack zu allozieren ok indem diese top and bottom pointers leben alles klar so instruct stack hat übrigens 16 bytes an platzbedarf auf dem heb ok mit einem size of struct stack könnten wir uns darüber informieren dass tatsächlich size of struct stack 16 anzeigt 16 bytes werden benötigt um ein struct stack anzulegen das überwundert nicht in unserer maschinen architektur sind pointers 8 byte breit in einem struct stack stecken vor allem zwei pointer ein top and bottom pointer drin zweimal 18 16 bytes scheint hinzukommen zum stack selber gehört aber auch noch der sentinel die letzte letzte listenzelle die wir als ende markierung in der linearen liste unserer stack elemente verwenden das ist die hier unten ist der sentinel der sonst aber in den einzelnen feldern keine sinnvolle information trägt auch der sentinel selber belegt schon 16 bytes ok allein durch ein s equals stack new haben wir diese zweimal 16 bytes schon alloziert ok wenn ihr euch jetzt aber erinnert das ist ja nicht die einzige allokation die unsere funktionen 0 to 10 macht sie legt auch noch die elemente 0 bis 10 also 11 elemente auf unseren stack ok jedes dieser elemente auf dem stack wird in einem listen element irgendwie verwaltet hier so ein struct list ist ein listen element hier vorne befindet sich der ellen pointer hier befindet sich entsprechenden next pointer er erinnert euch die struktur der struct listelemente das ist wieder ein struct aus zwei pointern und das wird wieder die größe 16 byte haben alles klar so einem ellen pointer der zeigt natürlich auf das eigentliche element das wir in unserem stack speichern wollten ja in diesem fall die funktion 0 to 10 speichert integer elemente auf dem stack diese integer sind auf dem stack zu allozieren hier ist eines dieser elemente zu sehen das element mit dem wert 0 das size of int tatsächlich 4 bytes benötigt bei uns auf dem stack ok damit habe ich hier ich kann das mal einkasteln hier ein entsprechendes element bei uns auf dem stack gespeichert und zwar das integer element mit dem wert 0 das sind die allokationen die dafür auf dem stack durchgeführt wurden wir speichern aber nicht nur ein element das element 0 auf dem stack wir speichern auch die elemente 1 2 3 bis 10 hier ist das entsprechende 11 element das wir auf dem stack speichern und auch hier brauchen wir wieder 4 plus 16 bytes um diese entsprechenden allokationen durchzuführen das sind die gesamten allokationen die uns die funktion 0 to 10 durchführen wird ok also hier diese gesamte listen struktur diese listen elemente jeweils elf mal wenn wir darüber buch führen und das tatsächlich mal irgendwie nachvollziehen ja dann werden wir sehen 16 bytes für unser struct stack 16 bytes für unseren sentinel elf mal 16 plus vier bytes für die einzelnen listen plus integer elemente die wir auf dem stack speichern werden wenn er das alles aufaddiert dann kommen wir auf genau 252 bytes die hier in dieser struktur alloziert wurden das sind genau die 252 bytes über die sich der leak sanitizer beschwert hat dass sie die ihm verloren gegangen sind übrigens sind diese 252 bytes in genau 24 objekten alloziert wurden erstes objekt zweites objekt und elf mal zwei also 22 weitere objekte hier in dieser verketteten linearen liste 2 plus 22 sind 24 das sind die 24 objekte die uns an der stelle verloren gegangen sind ok wie gesagt in diesem kurz laufenden programm stack playground punkt c ist das vielleicht nicht die große tragödie und kein großes drama sollten wir aber mehrere aufrufe unserer funktion 0 to 10 in einem langlaufenden prozess durchführen und diese funktion 0 to 10 vielleicht im millisekundentakt aufrufen ohne jemals entsprechend speicher freizugeben mit free dann würden wir mit der zeit ein ordentliches problem anhäufen ok es ist also zeit stack playground dot c und auch die dahinterliegende library stack dot c mit entsprechenden aufrufen von free zu erweitern ok und in kontrollierter art und weise nicht mehr benutzen speicher zurück an das speicher subsystem zu geben alles klar das ist das nächste was ich mit euch hier in diesem video noch irgendwie erläutern würde wie müsste ich stack c und stack playground c ändern um tatsächlich korrekte deallokation und wie zu gewährleisten lasst uns erst mal auf die seite der library schauen also auf die implementationsseite hier von stack c und von stack h ok wir werden unser api erweitern müssen unser api erweitern müssen um eine neue funktion die schwester funktion zu stack new in gewisser weise die wir stack free nennen werden ok sobald der client merkt ok ich habe den gesamten stack s abgeräumt ich habe die ganzen elemente entfernt der stack s ist leer ich brauche den stack s an der stelle nicht mehr dann kann mit stack free explizit gesagt werden ja jetzt brauche ich auch den sex selbst nicht mehr ok das ist eine funktion die auf einem leeren stack s operieren wird was werde ich als innerhalb von stack free tatsächlich irgendwie tun müssen ja ich werde den sentinel das letzte listen element das keinem allozierten stack element tatsächlich entsteht entspricht das werde ich hier innerhalb von stack free freigeben müssen ich werde also ein free aufruf auf dem sentinel durchführen der mir dieses track list diese 16 bytes freigeben wird und dann werde ich einen der lokation auf dem stack auf der stack struktur selber auf dem start stack der die top und bottom pointer beinhaltet dann werde ich auch diese struktur freigeben können das sind die zweiten 16 byte die ich an der stelle wieder freigeben werde ok und das ist die es ist die aufgabe von dem client zum richtigen zeitpunkt dann wenn der stack wirklich keine bedeutung mehr hat für die applikation tatsächlich diese stack free funktion auf dem leeren stack aufzuräumen ok eine zweite änderung ist noch in der library vorzunehmen und zwar eine änderung in der stack pop funktion ok die stack pop funktion nimmt das listen das listen element an der stack spitze liefert das dort gespeicherte elem zurück an den client und verändert die stack spitze die neue stack spitze ist jetzt das zweite element in der liste die alte stack spitze ist ein obsoletes element das jetzt auf dem stack keinen platz mehr findet ok dieses listen element die alte stack spitze die ist innerhalb von stack pop tatsächlich freizugeben das wird ein weiteres struct list sein das sind die weiteren das sind weitere 16 bytes die wir bei jedem stack pop an das betriebssystem mit free zurückgeben werden wir werden den entsprechenden aufruf in stack c und in stack pop gleich noch genauer anschauen ok das ist das was auf der seite der library passieren muss diese beiden schritte auf der seite des clients müssen wir uns ebenfalls um die allokation kümmern erinnert euch an die goldene regel wer es alloziert der macht auch den entsprechenden free aufruf innerhalb des clients innerhalb des clients in der funktion 0 to 10 führen wir malloc aufrufe durch um uns platz auf dem heap zu reservieren um dort integer elemente die elf integer elemente 0 1 2 und so weiter bis 10 zu allozieren die wir dann später in unserem stack verwalten werden ok nachdem wir im zweiten teil unserer 0 to 10 funktion mit stack pop die entsprechende elemente wieder von dem stack runter geholt haben und auf dem terminal ausgegeben haben nach diesem zeitpunkt sind diese elemente für uns als client applikation bedeutungslos geworden ok jetzt ist es zeit sich um die allokation dieser vier byte für den integer die wir eben noch auf dem stack gespeichert hatten den jetzt tatsächlich freizugeben also die allokation des integer elementes selber das ist aufgabe des clients der client hat diese internet mit malloc alloziert es ist die aufgabe des clients die auch entsprechend freizugeben alles klar lassen uns mal kurz drüber schauen wieder in den code und anschauen wie das tatsächlich unser stack h stack c und stack playground beeinflusst hat ich habe eine kopie meiner stack h stack c und stack playground files in einem extra sub directory wie mitgebracht das ist das sub directory stack management also ein directory in dem ich begonnen habe mehr um das memory management speicher verwaltung auf dem heap in meiner stack applikation tatsächlich gedanken zu machen und ich habe auch die entsprechenden files hier mitgebracht das ist die neue version unseres stack h im sub directory stack management ok ihr seht das alte interface der unserer 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 stack library aber es ist eine funktion hinzugekommen die stack free api funktion ist die aufgabe des clients diese funktion aufzurufen wenn der klein weiß ok ich habe mit dem stack s an der stelle tatsächlich nichts mehr zu schaffen dann kann der restliche speicher für den leeren stack s der vor mit stack pop leer geräumt wurde tatsächlich ans betriebs dem zurückgegeben werden ok alles klar das ist ein neuer artikel den wir an der stelle brauchen wie sieht es aus auf der seite von stack c alles klar lasst uns mal zum beispiel in die implementation von stack pop reinschauen das ist die implementation von stack pop und wir hatten gesagt tatsächlich ist in stack pop muss die allokation stattfinden ein bisschen mehr platz für den code hier alles klar erst mal können wir sehen wir haben alle unsere routinen auf unsere neue din check punkt header file und wir angepasst und haben tatsächlich die alten pre und post conditions die wir noch in 10 0 stil geschrieben haben inzwischen durch unsere makros hier an der stelle setzt das ist schon mal nicht schlecht ok aber dann ist in stack pop tatsächlich von seiten der library deallokation wie durchzuführen ok erinnert euch das alte top element die alte stack spitze die hat an der stelle nach einem stack pop keinerlei bedeutung mehr ist obsolet geworden und sollte freigegeben werden ok hier in diesem listen pointer top merke ich mir die alte stack spitze denn hier schon in zeile 83 werden wir die stack spitze überschreiben und werden sie jetzt auf das zweite listen element auf das element unterhalb der stack spitze zeigen lassen damit ist der alte inhalt meines point dass es top überschrieben ok ich muss mich aber hier zu diesem zeitpunkt an den alten point erinnern weil dieser jetzt auf das obsolet auf die obsolete stack spitze zeigt und den tatsächlich das ist nämlich hier an der stelle mit einem free top aufruf tatsächlich freigeben kann ok alte stack spitze merken ok hier das ansonsten unerreichbare element mit free top tatsächlich freigeben alles klar dieses free top konnten uns auf der c0 seite sparen die garbage collection library die in c0 eingebaut war die hat erkannt dass nach dieser zuweisung das alte stack spitzen elementen nicht mehr erreichbar war nicht so in c wir haben uns manuell darum zu kümmern die jetzt unerreichbare stack spitze zu frei zu geben alles klar hervorragend damit ist die eine hälfte auf der seite der library schon beendet die andere hälfte ist natürlich die implementation der stack free funktion der neuen api funktion die es vorher gar nicht gegeben hat ok hier seht ihr die allokation ist sehr sehr einfach wir mussten einfach nur zwei free aufrufe durchführen einmal auf dem sentinel selber erreichbar durch unseren bottom pointer unserem stack s und danach den stack s ok und zwar bitte in dieser reihenfolge ok ich kann ja mal ganz kurzzeitig temporär die reihenfolgen dieser free statements umdrehen ok damit ist hier nach dem free s der durch s referenzierte speicher auf dem stack auf dem hieb entschuldigung auf dem hieb freigegeben worden an das betriebstehen zurückgegeben worden das betriebstehen kann sofort in der mikrosekunde danach mit dem entsprechenden freigegebenen 16 bytes anstellen was es möchte die deallokation des s point die dereferenzierung entschuldigung die dereferenzierung des s pointers nachdem ich ein free s durchgeführt habe führt zu undefiniertem verhalten ok also diese reihenfolge der freeze würde an dieser stelle hier zu undefinierten verhalten führen achtung umdrehen zuerst den sentinel freigeben dann den entsprechenden struct stack in dem eben noch der sentinel irgendwie referenziert worden war alles klar das sind die zwei mal 16 bytes die wir hier in der stack free routine zurückgeben wir werden uns allerdings darauf verlassen dass zu diesem zeitpunkt der stack tatsächlich leer ist diese stack free routine hat nur die fähigkeit einen leeren stack freizugeben darum nur den central und den stack selber freizugeben das ist die implementation von stack pop und stack free jetzt bleibt uns nur noch die änderung in dem client in der client applikation stack playground nachzuvollziehen ok das ist ein neuer blick auf das stack playground hat sich an der stelle eigentlich jetzt auf den ersten blick nicht viel geändert wir werden weiterhin unseren stack s allozieren wir werden weiterhin elf elemente auf dem stack hinterlassen und diese ganzen elf elemente natürlich diese integer elemente auf dem heap allozieren bevor wir sie auf den stack pushen das ist die erste phase der zero to ten funktion in der zweiten phase jetzt die entsprechenden elemente von dem stack wieder abräumen wir werden also diese weil schleife nicht verlassen bevor der stack nicht tatsächlich leer ist ok jeweils ein element aus dem entsprechenden stack entfernen erinnert euch das hier gibt einen void pointer nach entsprechenden casting ist das ein integer pointer den ich tatsächlich differenzieren kann um dort dann einen integer auszugeben hervorragend jetzt hat der entsprechende integer pointer dieser pointer x hier an der stelle keine weitere funktion mehr für uns wir haben die ausgabe auf dem terminal gemacht wir haben keine weiteren job mehr für das entsprechende element das durch den pointer x referenziert wird damit ist es zeit tatsächlich hier mit free x das element wieder frei zu geben wir haben es alloziert hier in der ersten hälfte der zero to ten funktion wir haben es hier auch an der stelle wieder frei zu geben you allocate it you free it wenn ich diese weil schleife hier an der zeile 23 verlasse dann weiß ich der stack ist tatsächlich leer geräumt ok die aufgabe des stacks hier innerhalb der zero to ten funktion ist für mich beendet jetzt ist es zeit diesen leeren stack mit einem stack free s aufruf tatsächlich wieder frei zu geben und die die restlichen zweimal 16 bytes innerhalb von stack free an das betrieb sehen zurück zu geben eigentlich müsste hier nach beenden meiner zero to ten funktion wie die unter dem strich unsere memory allocation wieder auf null sein alles was alloziert wurde ist auch tatsächlich wieder sauber freigegeben worden und wenn ich jetzt hier im sub directory stack management management nochmal die entsprechende kompilation meine stack playground aufrufe und auch den leak sanitizer aktiviere dann würde ich mal hoffen dass der leak sanitizer an der stelle für uns nichts mehr zum meckern hat dann machen wir das mal wir gehen mal hier in den compiler aufruf ok innerhalb von stack man management genau der gleiche compiler aufrufen natürlich auch wieder mit unserem leak sanitizer die wir hier aktivieren einmal kompilieren bitte alles klar einmal stack playground aufrufen wir erwarten jetzt die ausgabe von der funktion zero to ten a to see die funktion haben wir deaktiviert und ansonsten keinerlei ausgabe ok der leak sanitizer hat an der stelle nichts mehr zu meckern alles was alloziert wurde stackseitig stack library seitig oder playground seitig ist tatsächlich wieder korrekt de alloziert worden ok das problem haben schon mal beseitigt das ist die hälfte der deallokation story die ich euch hier im rahmen dieser vorlesung verkaufen wollte es gibt noch andere interessante aspekte die mit mem management und der deallokation zu tun haben das ist eine story für das kommende video 76 ich freue mich wenn ihr dann auch dabei sein haut rein wir sehen uns gleich wieder